ja recht gut damit klar ja ja AAH! Hi! Nein, ich sterbe nicht. Heute nicht. Oder noch nicht. Tja, ich will's grad angeben und dann Karma. Ja, scheiße. Nee, Karma ist grad nicht im Spiel. Rengar, Rengar, Rengar. Ich hab keinen Bock, hau ab! Geh weg! Mhm, AAH! Okay, Entschuldigung! So, AAH! Hab dich gesaved! AAH! 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 Morgana, komm zurück! Warte, ich hab ne Ulti, komm zu mir! Pff, daneben nichts! Keiner will spielen! Komm her, die kommt zu uns! Ich weiß, ich seh's! Ah, f***, Alter! Ah, ich hab's unter den, den 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 den, den 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 den... habe ich was gepasst ja der löschen hat oder nur ein kill was ich dachte lucia mehr voll fett ich sehe es nur noch so fliege ich dachte mir okay, instant dead und ich habe nur 1.500 ja komm ey, fick deine Mutti wir kommen ok, scheiße jinn ist da ein busch komm rein, komm komm so was von tot nimm ihn nimm ihn in den Mund 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 da bin ich nicht Wenn sie töten ich habe aber nichts ich habe nichts ready ähh ja ich habe gedacht wenn ich sie sătel schnell genug und mit meinen passiv rausrennen das fader ist mir nirgends sowas von egal Entschuldigung, gwinzdi alter ooooo alter es ist okay gut ich habe redemption scheiße es macht gar keinen spaß mit jinx gegen die zu spielen jetzt haben wir jetzt gestunt oder die springen auch nicht drauf oder die ist das nicht immer wenn man addc spielt dass man gefokust wird es macht keinen spaß mit jinx mit d zu spielen kuchen wäre jetzt auch keine so ein richtig geilen erdbeerkuchen nee der fähig nicht ganz so geil kuchen mit bananen und erdnussbutter das ist so geil das kannst du dir nicht vorstellen ich könnte mich reinlegen jetzt habe ich Hunger ich habe ihn gestunt ich will töten passt auch da kommt jemand ich komme her kommt zu mir kommt nein bist du nicht ich habe es gesehen Ah, nur noch ein Hit. Nur noch ein Hit. Ha, gejuke, Bitch. Gejuke. Sie hab ich nicht gefingert. Sie hab ich richtig heftig in den Arsch gefickt. Ha! Warum kam das denn her? Hallo, kann ich mal bitte nicht hier 20 Tage Tissi sein? Meine Güte, ist das anstrengend. Ha, Bitch. Bitch. Oh, ich hab Angst vor ner Luxuld, ne? Ohne Mist. Hier kann man über die Pflanze. Mensch, gehst du jetzt Botlane? Ja! Okay, I'm a little begin to plan. Hä? Tavo! Mein Name! Hä? Hä? Mein Ding! Ja! Oh Mann, ist das jetzt hier ein Insider geworden, oder was? Oh Mann, ey, wenn du jetzt nicht deine verdammte Fresse hältst, ne? Ich eskaliere heute nach. Hallo! Oh, hättest du den Scheiß dich früher töten können, Mann? Oh, was? What? Wadden! Ja, ich komme! Wo ist denn der Jungle? Oben oder oben? Ich hab keine Ahnung! Digga, du sollst nicht nach Narnia, du sollst auf die Toplane kommen! Ich bin auf dem Weg! Aber ich glaube, Narnia liegt näher! Geh du schon mal Botlane! Oh Mann, ich komme dann gleich nach, mein Schatz! Komm ja nach! Hättest du da ein! Du bist in Botlane! Alter! Boah! Das ist... Das ist das Schreie, ne? Jetzt kommt Andis Kampffschrei! Oh, ich würd so gern die Jinx fressen! Oh! 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 Wie sie sich in meinem Mund anfühlen würde! Ich will dich in meinem Mund spielen! Oh! Hilfe! Oh! 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 Nein! Scheiße! Ja! Was ist das? Hä? He? 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 Ich hab's gar nicht erwartet, aber ich hab's gar nicht erwartet. Ey, wisst ihr eigentlich, dass ich keinen Smythe hab? Scheiße. JA! NEIN! 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 Das Geilste war, dass es jemand hört, nur hab ich erwähnt, dass ich keinen Smythe hab. W is very mysterious! Übrigens, ich hab keinen Zweiten! Sing's old, Sing's old! Ähm, hast du Geschwister? Laden die vielleicht grad Pornos runter? Ja, das kann gut sein. Weil vielleicht ist deswegen dein Pengroos. Vielleicht lad ich ja auch gleich runter. Ja gut, das hätt ich jetzt nicht von dir. Smythe, starte ich' das vergessen! Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Oh Gott! Panik! Oh Gott! Ich geh' weg! Oder warte, ich hab jetzt mal hier forschen! Ich hab mich beruhigt, ich wurde mal hier oben. Ja, was zum Thema Porno? Aha! Okay! Aha! Und was? Eine Ulti. Der hockt bei den Dread. Oh! Ja, schon wieder. Ich hab grad nichts, also... Oh, schön. Oh! 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 Da ist ein Baller übrig für diese Queue, Mann. Alter, das war der ACS-Placy. Alter! Alter, wir werden... Wir botlane bei uns. Das ist Porno botlane, ey. Ja! Toll, der hat mich eingesperrt hier. Ich hab mich raus! LOL! Was war das? Typischer Einige. Hilfst du mir? Ja. Kann ich machen. Weil ich... Ja, die kriegst du auch noch, oder? Ne, komm, 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 komm! Warte, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab... AAAAAAAH! Lass los, Volker, dein Organz! Ninse, Ninse, nein, lass mich, lass mich! Danke, danke... Ich krieg sie doch, hör auf! Dankeschön, Timon! Nein, ein Problem. Wollen wir zusammen darüber? Danke. Weißt du, ich frag, ob wir zusammen rübergehen sollen. Da hat die schon getrinkt! Ja... Aua. Nein! Ich wollte ihn schlucken! Oh! Oh! Mann! Ich war noch nicht Vollbild! Ich hab dich doch so... Mann, das dürfen wir nicht. Ich hab dich doch nicht in der Fandem. Credit cards in the Scammers. Hittin' no licks in the Bounder. Black at 6, found em. Wäin' seetit like a panda. Goin' out like a Montana. Honey killers on the Helmets. Black at 6, found em. Wäin' seetit, panda. Wäin' seetit, panda.